Der Ablauf dieser Mallorca Mastermind. Oft dauern Mastermind-Veranstaltungen einen Tag oder zwei Tage. Und bei uns dauert das immer von Dienstag bis Sonntag. Was macht man aber in so vielen Tagen und wie schaut das Ganze aus? Eines gleich schon mal vorweg, wir langweilen uns hier nicht auf der Finca. Wir haben ein durchdachtes Programm und natürlich zwischendrin auch die ein oder andere Freizeit, um unten in den Pool reinzuspringen und sich zu zweit oder zu dritt auszutauschen. Am Dienstag ist immer Anreise. Zwischen Mittag und 16 Uhr nachmittags kommen die Teilnehmer an. Dann gibt es ein Begrüßungsbüchern, dann zeigen wir den neuen Teilnehmern, die zum ersten Mal dabei sind, die Finca, auf was es zu achten gilt und so weiter. Am Abend stellen wir dann den Ablauf vor, also im Endeffekt genau das, was ich dir in diesem Video sage. Natürlich um einiges umfangreicher und detaillierter wird seit in diesem Video. Und am Mittwoch geht es dann los, am Vormittag sind die ersten Expertenvorträge, genauso wie auch am Donnerstag. Das heißt, am Mittwoch und am Donnerstag sind am Vormittag jeweils vier bis fünf Vorträge. Und das sind keine langweiligen, langen Fachvorträge, wo man fast einschläft, sondern das sind ganz tolle Vorträge, bei denen es darum geht, in kurzer Zeit, in 20 Minuten, möglichst viel Mehrwert mit der Gruppe zu teilen. Und die Nachmittage von Mittwoch und vom Donnerstag, die bestehen darin, dass wir kleine Netzwerkrunden haben, dass wir uns über die Themen aus den Vorträgen unterhalten, austauschen, Feedbacks geben, nachfragen, Mensch, wie kann ich denn das für mich nutzen. Es sind so die ersten beiden Tage oder wenn man jetzt die Anreise mitnimmt, die ersten drei Tage. Dann haben wir den Freitag und der Freitag ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Am Freitag machen wir nämlich immer einen Ausflug. Und jetzt könnte man sagen, ja die arbeiten ja gar nicht. Die sagen, die machen da eine Mastermind-Veranstaltung und lassen es sich einfach nur gut gehen. Der Ausflug hat aber eine ganz wichtige Bedeutung, denn die letzten fünf Jahre haben gezeigt, dass an diesem Ausflugstag die besten Ideen entstehen. Man geht raus, man ist an einem anderen Ort und an einem anderen Ort kommen andere Gedanken. Das heißt, da kommen super tolle Ideen zustande und vor allem, und das ist extrem wichtig, die Teilnehmer lernen sich besser kennen. Und je besser sich die Teilnehmer kennen, umso eher kann man einmal den Telefonhörer in die Hand nehmen und nach der Mastermind oder ein paar Wochen, Monate später, wenn man eine Frage hat, denjenigen einfach anrufen. Daher ist der Ausflug ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil die besten Ideen dadurch entstehen und man sich besser kennenlernt und einfach ein besseres Netzwerk schafft. Das ist der Freitag. Dann haben wir den Samstag. Und der Samstag besteht aus ein paar Netzwerkrunden. Und der Kern des Samstags ist die sogenannte Zwei-Minuten-Runde. Das ist der intensivste Teil dieser ganzen Mastermind-Veranstaltung, aber auch der spannendste und der, der den Teilnehmern den absolut größten Mehrwert liefert. Viele Teilnehmer haben sogar gesagt, Mensch, ich wäre alleine hier zu dieser Veranstaltung, können wir nur wegen dieser Zwei-Minuten-Runde, die übrigens nicht nur zwei Minuten dauert, sondern ungefähr vier Stunden. Und das ist der Ablauf, wie die Zwei-Minuten-Runde funktioniert, was sich dahinter versteckt, das gibt es in einem anderen Video, das war auch in dieser Playlist. Und dann am Sonntag, ja für die meisten, leider der traurigste Tag der Woche, da ist dann die Abreise. Das heißt, Dienstag Anreise, Sonntag Abreise und die Kerntage sind dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, also vier Tage, in denen wir ganz viel netzwerken, uns ganz viel austauschen, wo wir Fragen stellen können. Im Endeffekt geht es darum, um uns in der Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um neue Dinge zu lernen, um schneller irgendwelche Fehler oder Probleme zu lösen und das Netzwerk verbessern. Das ist Ziel, das ist das elementare Ziel dieser Mallorca Mastermind-Veranstaltung. Und jetzt kennst du den Ablauf, vielleicht ist das selbst für dich mal interessant, melde dich bei mir, dann schauen wir, ob du in dieses Format passt und ob wir denn noch einen freien Platz haben, denn die Plätze hier auf der Finca sind natürlich begrenzt und das ist kein Hotel, wo wir unbegrenzt Leute aufnehmen können. In diesem Sinn, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und vielleicht sehen wir uns ja hier auf Mallorca, auf dieser Finca einmal. Bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.